Wann wird es endlich mal wieder richtig Sommer, beziehungsweise wir haben ja erst Mai, da muss es noch gar nicht richtig Sommer werden. Aber ein bisschen wärmer, ein bisschen freundlicher könnte es doch schon werden in diesem Mai. Der Mai ist wirklich extrem wechselhaft. Bisher, ja, da fand der Mai mit seiner Wonne eigentlich nur an einem einzigen Tag statt und das war der Muttertag. Der war in ganz Deutschland sonnig, warm und zum Teil auch, ja, richtig schön mit hohen Temperaturen, mit knapp 30 Grad. Aber seitdem ging es danach eigentlich steil bergab. Hallo und willkommen zum Wetter am Samstag hier bei wetter.net. Ja, welches Wetter bringt uns nun Pfingsten und was passiert Ende Mai, Anfang Juni? Gibt es den großen Wetterwechsel hin zum Sommerwetter oder bleibt das feuchte Dümpelwetter erhalten? Das gucken wir uns gleich an. Doch zunächst, wie immer, der Blick auf die Großwetterlagenkarte. Das Tiefmarco liegt heute über der Nordsee und das bringt uns kühle Luftmassen, sehr viel Wind, zum Teil auch einzelne Sturmböen und immer wieder Regenschauer. Und die warmen Luftmassen, die liegen hier unten in Südwesteuropa, in Nordafrika und auch hier Richtung Russland. Da ist es aktuell richtig warm bis heiß mit Temperaturen von teilweise über 35 Grad. Am heutigen Samstagmorgen gibt es so einen kleinen Streifen von der Ostsee einmal quer über Deutschland bis runter nach Baden-Württemberg. Da scheint hier und da mal die Sonne weiter westlich und weiter südöstlich. Gibt es viele Wolken, stellenweise auch schon Regen oder Regenschauer. Und das Wetter am Samstagmittag hier und da eigentlich ganz freundlich, vor allen Dingen hier im Süden und in der Mitte. Aber der Wind weht auch hier ziemlich frisch bis stark. Und auch im Rest des Landes, im Nordwesten und hier im Westen, da müssen wir teilweise mit stürmischen Böen rechnen. Und da ist es auch sehr unangenehm, denn hier fällt immer wieder Regen. Und auch am Alpenrand, da gibt es immer wieder einzelne Regenschauer in den Hochlagen der Alpen, auch Schnee, Regen oder Schnee. Der heutige Samstagabend bleibt dann weiterhin wechselhaft. Das Sturmtief zieht weiter immer wieder viel Wind, vor allen Dingen in höheren Lagen, auch einzelne Sturmböen. Zwischendrin Regenschauer hier und da sind kurze Gewitter auch nicht ganz ausgeschlossen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter bei euch vor Ort in den kommenden Tagen weitergeht, dann ladet euch doch bitte unsere Wetter.net-Wetter-App runter. Den Link zum Download gibt es hier unten in der Videobeschreibung. Und aktuell läuft bei uns auf YouTube in der Community auch eine Umfrage zu unserer Wetter-App. Es wäre klasse, wenn ihr daran teilnehmen würdet. Ja, die Höchsttemperaturen am heutigen Samstag ziemlich unterschiedlich. Im Norden gerade mal 9 bis 10 Grad, im Westen bis zu 12 Grad. Und dieser zeitweise freundliche Streifen der Schaftes auf 17 bis 19 Grad. Im Südosten werden um die 16 Grad erwartet. Der Blick auf morgen früh. Es wird kühl. Die Temperaturen am Pfingstsonntagmorgen so um die 9 bis 7 Grad, teilweise auch nur 6 oder 5 Grad in einigen Muldenlagen. Das Wetter am Sonntagmorgen durchwachsen. Mal Sonne, mal Wolken, hier und da ein bisschen Regen. Vor allen Dingen im Südosten des Landes. Und hier gilt auch wieder in den höheren Lagen Richtung Alpen. Da fällt wieder Schnee, Regen oder Schnee. Und auch nach Norden gibt es Wolken, hier und da ein paar Regenschauer. Aber das Wetter am Sonntagmittag insgesamt gar nicht so unfreundlich. Es sieht zwar hier ziemlich durchwachsen aus, aber immer wieder zeigt sich auch mal die Sonne. Und es bleibt mal längere Zeit trocken und auch freundlich. Also so übel wird der Pfingstsonntag auch wieder nicht werden. Und zum Sonntagabend, da wird es sogar besonders hier in der Mitte und im Süden richtig freundlich. Da kann man mal sein Würstchen auspacken und es auf den Grill legen und sich einen kleinen Grillabend genehmigen. Ja, die Temperaturen am Sonntag maximal so 13 Grad im Norden. Und sonst steigen die Werte auf 16 bis 18 Grad. Wir blicken auf den Pfingstmontag. Auch der wird nicht ganz so übel werden, wie das vor ein paar Tagen noch ausgesehen hat. Vor allen Dingen hier im Osten und Südosten. Da gibt es ab und zu auch mal Sonnenschein am frühen Morgen nach Westen hin. Da ziehen aber Wolken auf und da regnet es immer wieder. Ja, und die Temperaturen, die haben dann auch einen ganz großen Unterschied. Dort im Nordwesten, wo es regnet, gerade mal so 12, 13, 14, maximal 15 Grad. Aber weiter östlich, da wird es plötzlich richtig warm. Zumindest sagt das die aktuelle Prognose. Im Osten rund um Berlin, Brandenburg sogar Temperaturen um 23, 24 Grad. Also fast sogar einen Sommertag, einen Pfingstsommertag. Wer hätte das gedacht? Allerdings zum Baden bleibt es wohl doch ziemlich kühl. Denn die Wassertemperaturen in dieser Region, die sind außerordentlich niedrig. Ich glaube, da traut sich niemand den Sprung in den Badesee zu. Ja, und auch ansonsten relativ hohe Temperaturen im Südosten. In der Mitte auch so 20 bis 21 Grad. Am Oberrhein bis zu 18 Grad. Also den Pfingstmontag, den sollten wir gut im Auge behalten. Das könnte vor allem hier in dieser Osthälfte und Südosthälfte und auch in der Mitte doch ein recht angenehmer Verdreter werden an diesem langen Pfingstwochenende. Nochmal zurück zum heutigen Samstag. Da gibt es, wie gesagt, wieder viel Wind. Vor allem hier in der Mitte des Landes einzelne Sturmböen um 80 Kilometer pro Stunde. Nach Norden um die 70 in den höheren Lagen. Da sind das auch mal ein bisschen mehr. 85 bis 95 Kilometer pro Stunde können doch heute durchaus drin sein. Vielleicht auch mal knapp 100 Kilometer pro Stunde. Also schwere Sturmböen. Aber zum Abend hin, da legt sich der Sturm Marco wieder. Und das Ganze wird immer ruhiger. Ja, und wie geht es in den kommenden Tagen weiter? Da gibt die Ensemble-Vorhersage Auskunft. Wir schauen uns alle vier Regionen einmal im Detail an. Hier die Ensemble-Vorhersage für den Osten Deutschlands. Und man sieht sehr schön, es bleibt erst mal auf dem gleichen Temperaturniveau. Um die 15 Grad zum Monatswechsel. Da zieht das Ganze ein bisschen an. Aber man muss schon die Lupe auspacken, um das zu erkennen. Es geht langsam nach oben mit der roten Linie. Das ist das Mittel aus allen einzelnen Ensemble-Berechnungen. Ja, und wir sehen, da geht es so Richtung 20-Grad-Marke. Einzelne Ausreißer gehen auch mal rauf auf 25 Grad. Aber das sind wirklich nur Ausreißer. Und dazu gibt es immer wieder Niederschläge, auch über den Monatswechsel hinaus. Wir schauen in Westen, Deutschland, auch hier ein ähnliches Bild. Zunächst unter Kühltemperaturen um 15 Grad. Und dabei bleibt es erst mal, ja, mindestens bis zum 28. Mai. Und dann wird es auch hier im Westen langsam immer wärmer. Einzelne Ausreißer auch hier teilweise Richtung 25 Grad. Aber im Mittel nur knapp 20 Grad. Und der Blick in den Norden, Deutschland, auch hier relativ ähnlich. Immer wieder Niederschlagsignale. Und die Temperaturen auch hier meist so knapp um 15 Grad. Nachtstemperaturen um die 5 Grad. Und zum Monatswechsel, ja, da wird es ja auch kaum wärmer. Vielleicht 16, 17, 18 Grad mit Ach und Krach. Einzelne Ausreißer gehen auch hier mal rauf auf knapp 25 Grad. Das sind aber wirklich die Außenseiterberechnungen. Und zum Schluss, wer fehlt noch? Der Süden fehlt noch. Da bleibt es auch relativ wechselhaft. In den kommenden Tagen auch hier Temperaturen nicht mehr als 15 Grad. Viel zu kalt für die aktuelle Jahreszeit. Danach auch hier eine leichte Erwärmung. Auf Temperaturen im Mittel die rote Linie um die 20 Grad. Und einzelne Ausreißer auch mal knapp über 25 Grad. Aber auch das sind hier, wie gesagt, nur Einzelläufe, die mal ein bisschen rausrutschen nach oben. Das heißt, es wird nicht richtig viel wärmer werden zum Monatswechsel. Dieser Warmluftschub, der sich seit Tagen so ein bisschen andeutet, der scheint einfach nicht so wirklich in die Gänge zu kommen. Er bleibt wahrscheinlich irgendwo rund ums Mittelmeer stecken. Und da kommt mal kurzzeitig so ein bisschen Warmluft an. Deswegen diese Ausreißerlösungen teilweise mit Temperaturen von bis zu 25 Grad. Aber es bleibt dabei auch insgesamt sehr unbeständig. Wir sehen es hier an den Niederschlagssignalen für den Süden. Immer wieder nass, immer wieder Regen. Längeres, beständiges, schönes, trockenes Wetter. Der Frühsommerwetter ist da einfach nicht in Sicht. Und wir müssen, glaube ich, heute festhalten an dieser Stelle, der Mai ist eigentlich wirklich weitgehend gelaufen. Da kommt keine Sommerwärme mehr. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass der Mai nach dem April auch ein Monat sein wird, der zu kalt enden wird. Apropos zu kalt. Wie könnte es denn eigentlich weitergehen? Schauen wir uns nochmal diese Wetterlage um den 1. Juni genauer an. Und wir sehen die kalten Luftmassen hier über Nordeuropa. Aber zum 1. Juni, ich hatte es eben schon gesagt, da versucht es, die Wärme mal hier von Nordafrika über Spanien, Frankreich zu uns zu kommen. Hier ist übrigens Deutschland zu finden. In der Höhe wird es Wärme 14, 15, 16 Grad. Aber nur teilweise hier im Südwesten des Landes. Das heißt, unten am Erdboden, da kann es auch mal um den 1. Juni herum eben diese 25, 26 Grad geben. Aber das Ganze ist nicht von langer Dauer. Schon einen Tag später, da kippt diese Höhenwärme weg, verschwindet fast schon wieder komplett. Und am Donnerstag, dem 3. Juni, ja, da ist dann diese Warmluft fast schon wieder komplett ausgeräumt. Die kühleren Luftmassen übernehmen das Zepter. Und hier kommt auch schon wieder die nächste Kältezunge in der Höhe auf Deutschland zugesteuert. Also es sieht nicht wirklich danach aus, als würde uns der ganz große Wetterwechsel ins Haus stehen. Die Wärme, sie ist zwar je zu finden rund ums Mittelmeer, aber sie schafft es einfach nicht, sich bei uns zu etablieren. Auch so ein bisschen Wärme mit Temperaturen um 25 Grad wäre ja mal nicht schlecht. Auch das scheint anscheinend nicht von längerer Dauer zu sein. Und zum Schluss noch der Blick auf die Monatsprognose, auf die aktualisierte Monatsprognose für den Juni vom amerikanischen Wetterdienst NOAH und dessen CFS-Modell. Und wir sehen, da gibt es kaum Neues zu berichten. Ganz im Gegenteil. In ganz Osteuropa, teilweise mittlerweile auch in Ostdeutschland, blaue Farben. Das heißt, hier könnte der Juni etwas zu kalt ausfallen. Im Rest von Europa meist nur weiß zu finden. Das heißt, ein normal temperierter Juni wäre da sehr wahrscheinlich, gefühlt für die meisten von uns natürlich wahrscheinlich zu kühl. Denn die vergangenen Jahre brachten oftmals einen sehr warmen Juni. Er war wärmer als das Klimamittel. Und ein normaler Juni wird wahrscheinlich von vielen als zu kühl empfunden werden. Dagegen hier in Nordafrika haben wir eben gesehen, da ist es sehr heiß und da könnte der Juni auch zu heiß ausfallen, zu warm. Aber was bringt uns das? Von der Wärme bekommen wir hier überhaupt nichts ab. Zumindest nicht nach dieser Prognose. Aber einen nassen Juni, den müssen wir wahrscheinlich auch nicht erwarten. Denn die Amerikaner rechnen vielfach mit einem zu trockenen Juni. Also gefühlt zu kühl, aber immerhin versinken wir nicht in Regenfluten, wenn man dieser Prognose trauen darf. Der Juni könnte verbreitet in ganz Deutschland, bis auf den Nordosten, deutlich zu trocken ausfallen. Na, das kann ja was werden. Ein gefühlt zu kühler Juni, aber immerhin ein zu trockener Juni. Vielleicht unterm Strich gar nicht so übel. Ein richtiger erster Wohlfühl-Sommermonat. Ja, das war es vom Wetter am Samstag hier bei Wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unserem Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch ein schönes Pfingstwochenende. Wetterkanal 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 W